zu einem neuen video von minecraft farm und ja im letzten video also ein paar videos wurde habe ich ja hier ein farm gefarmt hier dieses spiel und ich bin mir nicht ganz sicher was wir hier machen soll also habe ich mich entschieden dass hier im video zu machen und ja wir fangen gleich an mal schauen was in diesem buch steht 30 bis 34 ich mach mal 32 also 20 grad ok habe ich eigentlich schon gemacht und die beiden sind ja auch schon lange gewachsen was ist mit dem ok letztes mal habe ich versucht hier drauf zu klettern bin dann wieder zergefallen eigentlich bis zu dort oben etwa geklappt bin ich runtergefallen warum steht da ich hätte einen effekt ich habe ja gar nichts ja ich habe ja schon gemacht und jetzt soll ich warten bis das wächst das ist ein schlechter witz ich glaube wenn ich die richtige also das richtige die richtige temperatur eingeben kann ich hier wenn ich das hier auf 29 stelle habe ich das gemerkt da hat sich irgendetwas verändert und ähm ich glaube ich weiß nein was da hat sich irgendetwas verändert ah nein ich glaube das wäre nur der leuchtstab hmhm ok lassen wir's äh nein es macht keinen spaß hier zu warten Wie lange soll das dauern? Es sind jetzt sicher fünf Minuten um. Ich gehe einfach in meine Überleben, weil es macht hier keinen Spass. Ich verstehe auch nichts. Ich glaube, auf dieser Farm ist es immer Nacht eingestellt. Und Leute... Nein, ich glaube, ich probiere das in einem anderen Video aus. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu kurz. Das dauert es immer so lange. Ich mache eine neue Welt. Friedlich. Natürlich. Bonus-Truhe an. Dann. Multiplayer an. Oh nein. Ähm. Ich glaube, ich kann es. Hm. Blöd. Meine Pakete. Also. Ah, Texturpakete. Start. Soll ich? Nein. Mashup. Hä, nein. Blöd. Jetzt habe ich das aktiviert. Nein, ich tue nur das aktivieren. Also, wirklich. Es ist hässlich, diese... Ähm. Grafik, so... Grafik, so... Äh. Äh. Was spinnt jetzt? Äh. Ich glaube, mein Minecraft ist gerade abgestürzt. gestürzt. Ist doch... Äh. Ist doch nicht normal. Hä? Ja, ich habe auch gesagt, die Grafik ist mega lustig. Ähm. Ah, ja. Ähm. Hö? Krass. Oh mein Gott. Was? Ich glaube, ich habe auch eine andere Grafik, also ein anderes Texturpaket genommen. Es war nicht das. Okay. Komm, gib mir mal, gib mir mal. Wirklich, ich spiele nicht unbedingt richtig in diesem Web. Also. Ich springe jetzt einfach in den Tod. Oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, da ist ein Zombie. Hä? Aber es ist irgendwie mega schön. Okay. Ja, super. Hier ist nur eins und ein... Das Meer. Juh, was ist das da unten? Mysteri... Äh, die Musik ist auch mysteriös. Ähm. Ich finde... Ähm. Texturpaket, jedenfalls sehr cool. Hä? Ist das jetzt eine Steintruhe, oder? Eine Holztruhe, ich... Ich check's nicht. So, man kriegt ja eigentlich Holztruhe am Anfang. Soll es logischerweise eine Holztruhe sein? Nein, super. Ich bin auf einer Insel gefangen. Wie kann ich hier sterben? Hä? Ich glaube... Ich glaube... Oh mein Gott. Schaff hat mich gerade so erschreckt. Karte erschaffen? Hä? Hä? Warum habe ich jetzt... Warum muss ich jetzt auf das Schaf klicken? Ah, nee. Ich muss... Ich glaube, ich muss noch... ...mal drauf klicken, um zu erweitern. Nee, das funktioniert nicht. Soll, jetzt habe ich eine Minikarte. Und es kommt hier nicht vom Fleck. Äh. Okay. Jedenfalls zeigt die Karte an, dass hier nur Eis ist. Und Wasser. Da muss die Karte weiter ausfragen. Das ist so lustig. Ah, hallo. Hä? Sei Wahnsinn. Schweine. Dreckige Minecraft. Ich habe dir gewusst. Einmal... ...meine guten Map, die habe ich ja... ...in einem Video gezeigt, wo ich Geburtstag hatte. Bin ich hierher gekommen. Zu einem... Wie nennt man diese Pflanzen? Ha. Sorry. Oh mein Gott. Die können einen im Fall wirklich töten. Und dann bin ich voll erschreckt. Und ich plötzlich gedacht habe, hinter mir ist ein Zombie oder so. Ich lasse mich jetzt töten. Hä? Also nur, wenn man sich bewegt. Uuuh, Disco. Äh, wann sterbe ich endlich. Okay, ich bin tot. Ja, schön. Respawnen. Okay, super. Ich bin am gleichen Ort gespawnt. Wow. Schäckig Sieger starb. Okay, wirklich. Es ist... ...der grösste Fail, den ich jemals erlebt habe. Also ihr könnt verstehen, wenn ihr dieses Video nicht so spannend findet. Aber... Ja, ich habe auch keinen Plan, was ich machen sollte. Auf einer Insel kann ich... ...kann ich wohl nichts machen. Ah, hier sind meine Sachen. Hö, warum ist jetzt plötzlich hier unten... ...mit gewachsen? Ist das überhaupt möglich? Nur wenn man sich bewegt, kriegt man Schaden. Sonst... Ich kriege einfach keinen Schaden. Und ich stehe hier auf dem Block. Also... Also... Ihr seht, ich stehe hier auf dem Block. Aber ich kriege keinen Schaden. Okay, ist mir egal. Hä? Muss man... Braucht man nicht normalerweise eine Schere? Um die abzubauen? Nein. Ja, toll. Jetzt habe ich... Nein, ich möchte die essen. Ja, toll. Jetzt habe ich nur noch eine. Ah. Ja. Ah, ich kriege Schaden. Okay, ist mir egal. Ey. Nein. Das ist so nervig. Ja. Ich möchte die essen. Ich habe Hunger. Yummy. Das ist wie in einem Rap. Das müsst ihr auch nochmal anhören. So, mit 6. So. Okay. Der Ton ist mega lustig. Ähm. Okay. Ich glaube, diese Minecraft... Neptie bringt... Oh mein Gott. Nicht viel. Jö, Delfine. Gibt es überhaupt Delfine in Minecraft? Komm, ich mache jetzt die. Ich weiß nicht. Ja. Hä? Das ist nicht logisch. Ich habe... Ähm. Ich glaube, es liegt an der Grösse. Ich habe ja... Ähm. Jetzt 2 Beeren bekommen. Bei den anderen. Und... Halt. Ausser bei dem hier hinten auch. Habe ich 3 bekommen. Was ist das Lustige? La 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 la. Ich mache jetzt irgendetwas wirklich Nützliches. Okay. Solange es Nacht wird, beende ich das Video. Also, jetzt mache ich mal zusammen. Oh mein Gott. Aha. Ich habe gedacht, das wäre Eichenholzbretter. Werkbank brauche ich sowieso. Aber ich habe ja meine... Ein paar Tools hier. Okay. So. Ich habe einen Trick. Ich muss einfach... Doppelklick auf das machen, wo ihr zusammen sammeln wollt. Also, Doppelklick X. So. Ähm. Ja. Ich tue einfach mal die Sachen rüber tun. Weil... Werkzeug kann man ja sowieso nicht stapeln. Zwei Spitzhacken. Ah nein. Eine Spitzhacke. Aber... Aber was mich wundert, eine Holzspitzhacke sieht aus wie eine Steinsspitzhacke. Die Holzsacke sieht ganz normal aus. Also, jetzt kann ich noch ein bisschen Holz abbauen. Lalalala. Das finde ich auch noch schön, dieses Holz. So. Hey, als ob ich da noch dran komme. Ich glaube, Apfel oder so ist runtergefallen. Egal. Ey, was machst du? Geh weg. Die hat einfach etwas von meinem Lunch gegessen. Okay. Jetzt mache ich mir mal abgezogenes Fichtenholz. Fichtenholz. Und ich mache mir einfach eine kurze Wohnung für die Nacht. So. Eigentlich mache ich hier gerade eine Villa geführt. Aber... Na, 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 na. So. Dann bräuchte ich eigentlich noch Sand. Aber wo soll es in einer O? Egal. Okay, die Sonne geht unter. Also. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.